Willkommen in der Welt von Wermex. Ich bin Gerhoch, ich bin der Anwendungstechniker in der Firma und ich möchte heute eine Renovierung zeigen, eines sehr, sehr alten Ninoleum-Boden, der alle Zeichen von Abnutzung hat und alle Arten von Kratzern. Ich möchte es auch gleich herzeigen. Wir haben hier typische Laufstraßenbildung, wir haben schwere Verfleckungen, wir haben teilweise Chemie im Untergrund, wir haben Gummiabrieb, also in Summe einen Boden, der wahrhaftig eine Erneuerung oder Renovierung verdient hat. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017